Ich habe eine Frage. Ja? Wie siehst du denn mit einem Flyphone? Frag doch du mit deiner Flipcam. Wir besitzen ein Flyphone, ja, es liegt bei mir zu Hause, dann kannst du gerne tauschen. Tauschen? Einer wollte von Taußen, Eifon, Stille. Ja, ich habe so ein ganz bisschen älteres, das ist kein Eifon. Steck ich ein. Okay, mach. Flyphone schicke ich dir zu. Alles klar, ciao. Steck ich ein, steck ich ein. Steck du dir ein.